Hallo und herzlich willkommen zu neuem Fallen Jurassic World. Ja, wir sind hier hinten. Ok, wir sind hier hinten. Also ein Schlüssel. Äh, ein Abtor. Ähm, wir sind hier hinten. Clips Clips. Ja klar, das Kleid hat gelebt. Ähm, klar, ich muss zu klumpen, damit ich zu Schlüssel bekomme. Ok, Lady, dein Part. Hoppla. Ähm, ja. Ok, das ist eine Stelle für die Damen mal wieder. Hier noch was irgendwo. Speicherpunkt. Könnte mal speichern. Haben wir schon lange nicht gemacht. Ganz offiziell. Der Waschmaschine. Ja klar. Wieso steht hier eine Waschmaschine? Für Damen und so waschen wahrscheinlich. Ok. Eine Kette. Ok, jetzt verstehe ich. Sein Teamwork-Ding. Oh, wieder Raptor. Ah, ah, ah. Und B-B-B-B-B-B. Weg mit dir. Ok, eine Leiter. Ja klar, hm. Ähm. Ok, das haben wir nicht ganz geschnallt. So, das ist die... What? What? Na ja, ok, bauen wir was Neues zusammen. Geben wir gerade so hoch. Oh Gott, ey. Ja klar. Na ja. Jetzt. Boah, da muss ja was kommen. Knips, knips. Sie finden die Posts immer so geil auf die Ideen, die kommen. Oh, genau jetzt lade der Screen. Gut, haben hier Frauen, die ein bisschen agiler sind als die Männer. So, da kommt schon wieder einer rausgeschossen. Gut, schon fasst das ein Trampolin, ok. Ok, da ist einer wieder. Hola Raptor, lass dich Ruhe. Ah, ah, ah. Ok, da war ich die Ian. Es ist dunkel, ja. Wollte ich jetzt sagen. Ok. Vielleicht ist ja meine Kollegin jetzt. Ok, wo ist sie? Doch da unten, na super. Ok, super. Normalerweise hängen sie mich immer an der Pelle. Aber jetzt, wo ich mal froh gewesen wäre, an der Pelle gehängt ist, ist natürlich nicht. Oh, nein. So. So. Ok, jetzt haben wir sie mir da. Ok. Passt du. Ok, so cool. Oh, das ist Timmy. Wieder ab der Sequenz. Ja klar, sie stellt sich davor. Jetzt. Oh, das ist nichts. Oh, das ist nichts. Ich glaube, der Schall pulled. Okay, also. Oh, das ist nichts. Flanchise. Komm schon, es geht nach Hause. Ja. Wäre echt Zeit, hier mal wegzukommen. Okay, kommen wir hier am Seil entlang. Okay, jetzt Speicherpunkt. Ja, ja, Speichern. Oh cool, der Ventilator hat jetzt hier noch umgepustet. Ja, ja, alles klar. Aber schon war es gut. Der ist kaputt. Wir haben ja, nein, Ian hat kein Werkzeug. Jetzt können wir was basteln. Jetzt können wir was basteln. Hier ist aber noch was. Einige Sachen sehe ich gerade. Okay, also jetzt springen rüber. Okay, also jetzt springen rüber. Das ist ja gemacht. Oh. 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 Okay. So was die Palmenblätter auf dem Dach hat, ist die andere Frage. Oh, nein, ich probiere jetzt was. Äh, X. Oh. 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 Oh, tschüss. Wow, was ist das Ding? Bei einem Stück? Da. Ich nehme das hier. Sieht fassend aus. Wow, so wirst du das weg. Ah gut, wir können rübergleiten, auch nicht schlecht. Ab zum Helikopter! Was ist so schnell? Ah ne, wir haben gar niemanden, der hier aufknacken kann, ne? Ja, wir brauchen Werkzeug, sehr gut, egal. Dann weg von der Insel! Beeilung, Beeilung! Es kommt doch ein Hubschrauber! Ja, haben wir den Vollgleich absolviert? Sehr schön! Ähm, hä? Achso! Vielleicht da unten gibt es eine Dino-Info. Naja. Ja klar, haha, die ist erbauten! Vor 15 Jahren hatte John Hammond einen Traum. Doch in der nächsten halben Stunde wird John Hammonds Traum in anderer Gestalt in Erfüllung gehen. Heute Abend werden wir den Jurassic Park San Diego mit einer mega attraktem... Das Schiff ist da. So früh schon? Ja, es ist da. Ja, es ist da. Ja, es ist da. Ich bin da, wo es sein soll, wahrscheinlich. Woher stellen die denn alle hin? Wo kannst du dich hin? Lokalredroffer unter gefährlichem Stapel, zerstörter Pantke. Du, du musst mich hier raus holen. Du musst diese Story abgeben, sonst ist sie nicht bei Exklusiv. Weiter so, weiter zieh! Ich bin frei! Danke Kumpel, dass du dir die Ruhe kleinbringst! Na ja... Ups! Warte mal, kriege ich was hier rüber zuerst. Ich habe hier noch etwas wichtiges verpasst. Okay, jetzt muss ich wohl wirklich da drücheln. Die Kru ist gefressen worden. Nehm ich mal an. Wo? Ich dachte immer, hier kann man gar nicht vorbeispringen. Anscheinend jetzt doch. Setzt doch jetzt. Okay, was haben wir? Okay, helft mir dir mal. Wahrscheinlich. Okay, nur noch ein Teil, wo wir brauchen. Hier in der Kiste, da ist es. Okay, aber keine Ahnung, was es bringt, was wir jetzt hier genau machen. Kontrolliert den Laderaum. Vielleicht bin ich noch Überlebende. Ein Herz. In der Brücke. In der Brücke. Gut sind wir ihnen. Dann fangen wir jetzt durch. Was für eine Unordnung hier. Da ist noch einer. Komm zu dem. Wut? Wieso, wieso? Wieso muss ich nicht wechseln? Achso, ich war zu wenig rein. Ah, okay. Ich war zu wenig rein. Also, Zweitack. Okay, ich vermute ich muss hier diese Kiste entfernen. Ja und wenn ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut das erstmal mit einem Punkt an. Ich bin froh, bis zu sehen, bis dann, bye, bye. So, bevor wir hier noch mehr spoilern, bis zum nächsten Mal, ich mache den Cliffing Edge, tschüss. Bis zum nächsten Mal.